Aber wir glauben, dass wir auf einem Pfad waren, auf dem wir hätten eine Einigung erreichen können. Natürlich mit Abstrichen. Das beinhaltet eine Koalition, bei der Partner sich finden sollen, die sehr, sehr große Wege zu gehen haben. Und deshalb bedauere ich es auch bei allem Respekt für die FDP, dass wir keine gemeinsame Lösung finden konnten. Wir werden unsere Wählerinnen und Wähler nicht im Stich lassen, indem wir eine Politik mittragen, von der wir im Kern nicht überzeugt sind. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.